Jo, hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu der Hunter Prime, ne? Der Hunter Saurier, weil irgendwie ist die Party hart heute. Drei Schüsse, Alter, um das ganze Ding hier zu zerrumpen, ne? Ein Irrsinn. Trophäenwert, scheiß auf den Trophäenwert! Mama, Mama, warum hat der Dino keinen Kopf mehr? Den musste Papa abschießen. Sogar gut getrunken, sehe ich gerade. Ja, von der Seite. Das ist schon einmal da am effizientesten. Body, Heart, Lever. Ah, okay. Nice. Hey, trotzdem ein Scheiß, Alter, was hier alles rumläuft. Was hab ich denn jetzt hier noch? Zehn, tschüss. Das ist fucking zwei Uhr morgens. Was machen die zwei Uhr morgens? Jagen, oder was? Bei dem Wetter. Nee! Schöner Versteck natürlich ein Baum hier. Sieben Wunder, das muss eine Wumme sein. Ja, die muss ich erst mal finden. Kein Bock hier wieder zu folgen. Ich weiß, da um ist irgendwas, weil da hatte ich mir schon mal so einen komischen Datenstick hat mir da irgendwas angezeigt. Ich weiß halt nicht mehr so genau, ob das jetzt hier oder dort war. Deswegen werden wir es ja gleich sehen. Wenn ich lauf mal halt, dann fertig. Jetzt kommen wir vier Kilometer und eins, zwei, drei, vier. Dino ist schon getötet. Das ist also eine schöne Landschaft. Aber, hm. gut. So dann einmal hier durchs Gebüsch Oh , no Das war's. Kann man denn was mit der Waffe? Wollen wir es riskieren? Ja, gut. Meine Frage hat sich erübrigt. Gut, ähm, dafür ist dann wohl die 700er Munition da. Ähm. Ah, okay. Da hinten ist sogar noch was. Wir sind aber von meinem Todesstandpunkt gar nicht so weit weg. Also klar, dass ein T-Rex über dem Lösch läuft, oder? Das war doch so. War ja so klar. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt, oder? Scheiß Fische, ey. Aber zehn Schuss mit der Marksman drauf und nichts. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Das war doch klar. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Bei euch dieser T-Rex, Alter, das ist so eine Bitch, ey. Ja, ganz ehrlich, 800er-Mümbeln. Was ist das für ein Kaliber, was ist das für eine Waffe, die mit einer 800er schießt? Das war doch klar, dass ein T-Rex kommt. Ja, ich würde mich interessieren, hat das Vieh überhaupt mal ansatzweise Schaden erlitten? Also, fällt das jetzt irgendwann mal um, oder? Ja, das war doch die Lauts мной vor. Spätzi homo sapiens, das ist richtig 63 Kilo, männlich, Worte am körper einmal getroffen 40 prozent hatte da ungefähr noch 60 bis hier wird 1 bis 10 oder mal freie stemmen gefahren das wärs ja würde ich sogar ein bisschen feiern ja hier verläuft es sich wieder so ne Spur wo ist er hingegangen, das ist die Frage das kann doch nicht sein ne ganz ehrlich selbst wenn der wenn der jetzt hier irgendwo liegt was ich immer davon ausgehe bei Blutspuren gibt es ja genug klar muss ich ja getroffen haben dieses Rindvieh jetzt hier wird er lang getrampelt es ist mir ein unding ganz ehrlich ein unding der hat 10 Schüsse abgekriegt alter von einer 308 solche scheißhaufen legt er ja gut egal wir gehen weiter dahin wo wir hinwollten bewaffnet mit Pfeilen und Bogen wenn hier irgendwo ein T-Rex liegt ich meine den kann man ja rein theoretisch nicht übersehen oder so ganz nebenbei jetzt ok gut mal Freunde wir sind erst fertig hier für den Part haben wir ihn auf 10% runter geschossen laut Anzeiger also ne das war schon ne muss ich mal zugeben es gibt schlechtere Ergebnisse und wir haben unsere Sachen trotz all dem wiederum keine Position aber wir haben unsere Sachen wieder in dem Sinne danke fürs Zuschauen wir sehen uns übermorgen wieder wenn ihr mögt Däumchen da lassen und bis denn hauter Renn Tschüss 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 Ciao